Zwei Tage haben Oldenburger Keramiker mit international gefeierten Profis in der Oldenburger Werkschule arbeiten dürfen. Im Begleitprogramm der Internationalen Keramiktage haben Mark Leuthold aus den USA und der in Sand hatten lebende Engländer Martin MacWilliam Workshops, Arbeitsdemonstrationen und Vorträge gegeben. Am Sonnabend werden die beiden Korrifäen während eines Künstlergesprächs im Schloss auch Besuchern des Keramikmarktes Einblick in Schaffung und Entstehung ihrer Werke geben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017